hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen video heute möchte ich euch gerne ein rezept geben mit einem leckeren apfelkuchen wieder mal und zwar ist dieser mit zimt äpfeln und walnüssen schmeckt irrsinnig lecker das ist so ein streuselkuchen der geht ganz einfach zum zubereiten und es schmeckt einfach wirklich sehr sehr lecker und ich finde sogar dass er am nächsten tag also wenn ihr zum beispiel am abend backen solltet dann am nächsten tag mein gott den kann man tagelang essen also ich habe ihn glaube ich mit meiner tochter zusammen in fünf tagen haben wir den aufgegessen also ihr müsst es unbedingt ausprobieren schmeckt einfach sehr sehr lecker und jetzt gehen wir auch schon zur zubereitung und noch zur info die mengenangaben gibt es wie immer in der infobox unten wir haben jetzt hier die zutaten einmal das sind einmal walnüsse die müssen nicht so klein sein dann habe ich zucker vanillenzucker margarine mehl dann haben wir noch mal jetzt auf der anderen seite das ist einmal der teig vanillepudding pulver backpulver margarine milch vanillenzucker zucker mehl wir haben äpfel und zitronensaft brauchen wir noch von der frischen zitrone wenn wir gleich auspressen dann habe ich hier zucker und zimt einmal zusammen gemischt das einmal die vorbereitung für den kuchen also ich habe schon alles vorbereitet die ganzen zutaten dann geben wir die margarine erstmal in die schüssel rein und tun unsere nüsse hinzu unsere walnüsse das ist einmal der streuselteig vanillenzucker geben wir hinzu und zucker mehl das ganze verkneten wir dann miteinander und ich muss noch dazu sagen meine aufnahmen waren nicht gerade die beste weil in der einen hand hatte ich meine kamera in der anderen hand den mixer und das war richtig eine schwere aktion hier das ganze aufzunehmen hier habe ich schon mal die äpfel die haben wir geschält in scheiben geschnitten haben wir die jetzt geben wir zitronensaft hinein und das ganze verrühren wir wie gesagt die qualität ist gerade nicht die beste aber ich hoffe ich kann es euch gut erklären wie gesagt wir werden das ganze jetzt einmal miteinander verrühren dann geben wir noch mal jetzt margarine in die schüssel jetzt machen wir den teig den kuchen teig natürlich so und dann seht ihr auch dass es schön hell ist die margarine so lange haben wir es geschlagen dazu circa zwei minuten gedauert jetzt geben wir löffelweise den zucker hinein das ganze verrühren wir auch also immer ein esslöffel reingeben und dann verrühren das ganze machen wir so lange weiter bis ihr den ganzen zucker mit der margarine verrührt habt als nächsten schritt kommen unsere eier hinein hier ist es ganz wichtig jedes ei einzeln zu verrühren das heißt ein einschlagen und dann 30 sekunden verrühren und das ganze machen wir mit den ganzen eiern also jedes einschlagen und ganz ganz wichtig wirklich ganz wichtig 30 sekunden lang mit dem mixer verrühren was mich auch ganz interessieren würde schreibt mir doch in die kommentare wenn ihr es auch probiert habt diesen kuchen wie er euch geschmeckt hat da bin ich ja ganz gespannt auf eure kommentare so ich habe jetzt einmal in unserer in unserem mail einmal backpulver reingetan und unser vanillepuddingpulver habe ich da reingetan ich habe es einmal miteinander verrührt und dann habe ich hier noch unsere milch und das werden wir in zwei schritten in unser teig einfüllen das heißt die hälfte von dem ganzen mehl gemisch und die hälfte von der milch einmal reingeben das werden wir dann einmal verrühren miteinander und dann werden wir auch das noch mal in den zweiten teil noch mal reingeben auch von der milch den restlichen teil und dann werden wir es auch vor allem also wie ihr sehen könnt die hälfte gebe ich jetzt einmal hinzu in unser gemisch und dann werden wir es einmal miteinander verrühren auch die hälfte von der milch natürlich müssen wir reingeben und dann verrühren wir das gut miteinander und was ganz wichtig ist hier bitte so lange rühren bis auch keine klümpchen bleiben und erst dann die zweite hälfte vom mehl und milch also mehl gemisch und milch hinein geben und noch mal verrühren also wie ihr sehen könnt gebe ich jetzt noch mal den rest hinein rest von mehl gemisch mit backpulver und vanillepuddingpulver und unser unsere milch geben wir noch mal rein ich hatte schon mal meine backform hier einmal gefetzt wie ihr sehen könnt jetzt gebt ihr bitte den kuchenteig einmal hinein und den kuchenteig müsst ihr dann einmal schön glatt streichen wie gesagt es war für mich sehr schwierig heute in der einen hand hier die kamera und dann noch mit dem löffel alles glatt streichen übrigens die backform habe ich mit margarine eingefettet jetzt kommen wir auch zum einmal verteilen der äpfel die geben wir jetzt auch einmal darüber alle äpfel einfach übergeben es ist ich mag es gerne mit viel äpfel also schmeckt richtig lecker so ein apfelkuchen mit viel äpfel einfach nicht lecker und jetzt seht ihr auch noch unser zimt und zucker gemisch wenn ihr die ganzen äpfel auf unserem kuchen verteilt habt gelegt habt dann tun wir halt unser zimt zucker gemisch verteilen wir dann auf die äpfel drauf so dass es überall hinkommt und zu guter letzt kommt unser streusel teig den wir am anfang unseres videos zubereitet haben mit den walnüssen das verteilen wir dann ganz oben das ist die oberste schicht hier wie ihr sehen könnt das verteilen wir jetzt auch auf unseren kuchen gleichmäßig und das ist die schicht die irrsinnig lecker schmeckt hammer hammer lecker also unbedingt nachmachen so und dann muss der kuchen im vorgeheizten backofen bei 180 grad circa 35 bis 40 minuten lang backen bei mir hat es 40 minuten lang gedauert macht wieder wie immer die stäbchen probe also wir konnten es nicht abwarten wir haben schon warm dran rum genascht aber ich würde es wirklich ganz erkalten lassen am besten einfach vorher schon backen und schmeckt da auch noch besser mit diesem video kommen wir auch zum schluss wenn euch das video gefallen hat dann gibt diesem video einen daumen nach oben und abonniert kostenlos unseren kanal und dann sehen wir uns das nächste mal bis dahin alles alles gute ihr es 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 es